servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal die aufmerksamen zuschauer wissen natürlich schon was jetzt ansteht und zwar das world opening das allwöchentliche jawohl es geht los oder es geht weiter mit neuen charts ich habe am dienstag bevor dem id reset mit sieben charts abends noch m plus gemacht natürlich jeweils nur eine instanz und schnell schnell aber holy shit das war gar nicht mal so cool aber was macht man nicht alles damit man ein 268 ring bekommt cool mit vielseitigkeit und meisterschaft jetzt von den werten eigentlich will ich gar kein mastery und so weiter habe ich was schon mal gesagt ich nehme ihn einfach mit fürs item level ich tausche den 255 er aus auch wenn das wahrscheinlich dann dps loss sogar ist zumindest hebe ich den anderen mal auf weil ich den ja auch noch aufwerten kann der du mit seinem pronto reitet wieder weg bleibt stehen muss man daran denken gegenstands verbesserung schnell schnell finger tempo kaufen kaufen das war knapp das ist mir angewöhnt so ein paar vz immer auf meinen twinks zu haben am besten so der kriegt das den ring hebe ich auf den kann ich immerhin noch aufwerten nämlich das jetzt einfach nur fürs item level wenn ich mich irgendwo anmelde und ja damit sind wir da zumindest ein item level upgrade haben wir bekommen wir arbeiten uns jetzt weiter die charlist runter monck und so weiter und dann zum schluss die besten mit diebs und mehrbär da winken halte die dicksten items wobei ich jetzt mit dem hunter 268er mein parlor müsste auch ein 268er kriegen also wie gesagt spiel die ganzen charts nicht viel aber so langsam habe ich das gier dass ich höhere keys gehen kann so dass ich hoffe bald mehrere charts auch in der region 260 plus zu haben und auf dem monck hoffe ich auf ein tee teil ich hätte zwar noch diese höschen die ich definitiv umwandeln werde allerdings habe ich keinen kosmischen flux mehr weil ich mir zwei 291er legendaries gecraftet habe dementsprechend wenn ich jetzt keine schultern oder einen gürtel bekomme und darf von mir aus hier so ziemlich alles drin sein weil alles andere großer crap ist es wird ein boots 255 tempo mastery naja ich hätte lieber ein tee teil gehabt aber gut dadurch dass ich immer nur die mythic plus reihe diese woche gemacht habe wird das ziemlich schwer es ist immerhin ein upgrade einen wunderbaren key haben wir auch bekommen ach meh ist das schee so 255 der du mit seinem bronto weg na toll das lässt mein innerer monk nicht zu dass ich mich auslogge ohne eine vz drauf zu machen natürlich hat der monk seine vz bekommen jetzt sind wir am parlor da dürfte tatsächlich glaube ich auch 268 drin sein wenn ich die item level richten 265 und ich habe letztendlich so oh boi oh boi oh boi oh boi das hatten wir schon mal den shit ich fühle mich stark beeinträchtigt ja gut ne in dem fall jetzt diese kack abzeichen hier dass ich dann irgendwann sockel basteln kann weil jetzt noch mal ein paar boots für nix brauche ich auch nicht da habe ich mir jetzt auch ne das sehe ich nicht ein könnte um kraften das letzte wo geht denn das noch drauf was ich gerade spiele ich weiß dass das auch eins ist was nicht überall gespielt wird beine füße brauche ich ein chest kann ich umwandeln theoretisch dafür fehlt mir flux als ob ich das farme das wäre ja was wenn ich mir das von twink oder chars wo ich eflux habe rüber schicken könnte aber das ist wieder ein ganz anderes thema dementsprechend zwei wunderschöne bediensteten abzeichen der belobigung da freuen wir uns auch immer drüber so fällen wird es halt mehr sinn machen würde ich drei teile da füllen immer dass ich sofort ein sockel hätte aber das war halt zeitlich die woche absolut nicht drin der charme hat glaube ich sogar zwei slots zur auswahl oder wann kann ich das nicht weg klicken wenn wir das vorher angucken kann mit dem habe ich auch lfr gemacht wegen den dings ab boom stars t teilen und ich habe mir eins gecraftet über ein catch up item für tapferkeitspunkte was ich mir von der eule geschickt habe also das war okay ich hätte jetzt auch noch genügend punkte um noch eins umzug kraft natürlich kriege ich hier den kopf und ich bin so dumm warum kraft kraft ich den vorher schon um fuck 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 ja egal wie man es dreht und wendet es hilft alles nichts der kopf ist halt riesen item level boost wobei was ich tun kann für den moment dadurch dass ich eh noch keinen zweier bonus habe ziehe ich den jetzt erstmal so an als statstick wo habe ich da die talien noch drin das verstehe ich gerade auch nicht äh mysteriös also als statstick und irgendwann mal wenn ich vielleicht mal irgendwas anderes gedroppt bekomme und vielleicht noch ein bisschen flux zusammenkriege vielleicht kann ich dann doch noch so retten dass ich weiß nicht vielleicht kriege ich die irgendwie schultern und eine brust her dann könnte ich die beiden umwandeln und kann dann erstmal den kopf noch ein bisschen behalten so dass das vielleicht am ende nicht komplett gewastet war und ja 247 upgrade ist ein upgrade immerhin braucht man dafür jetzt keine vz so der krieger gucken wir mal was uns da schönes erwartet da bin ich auch also ich glaube krieger und magier das waren die charts wo ich halt einfach nur dachte fuck it einfach irgendeinen key irgendwas egal ich wäre auch minus drei gelaufen hätte das wird es das geben einfach nur damit ich irgendwas mit ein bisschen loot bekomme oder zumindest zwei dieser abzeichen auf irgendeinem char habe ich auch noch zwei rumfliegen ich weiß aber nicht mehr auf welchem hier kriege ich realitätsbrechende unterarm schienen mit crit versa ach die habe ich sogar schon aber einem sockel platz dementsprechend drei item level unten sockel das ist tatsächlich für den aufwand von weiß nicht was war es viertelstunde ist okay nehme ich mit wollen wieder ein pronto natürlich wieder keiner da ich drehe ab so nächster char ist der magia wo ich mal hervorheben möchte dieses set finde ich übrigens wunder wunderschön endlich habe ich mal ein transmog set mit meinem magia was mir tatsächlich gefällt vor allem die schultern finde ich cool dass sich da diese kristalle auflösen und wieder neu bilden ähm davon ab ich glaube nicht fahrtspinner anhänger ja safe tempo da nehmen wir jetzt die zwei noopsies mit auf dem habe ich sogar schon zwei wunderschön wunderschön das ist richtig gelohnt wieder für vier könnte ich mir schön gold snacken und kosmischer wobei das mit dem kosmischen flugs ist gar nicht mal so dumm das ist gar nicht mal so das ist gar nicht mal so doof weil auf den charts spiele ich halt zu wenig als dass ich da massig kosmisch kosmisch flugs krieger und wenn ich dann doch mal was umwandeln will okay dafür ist es dann gar nicht mal so schlecht und das macht glaube ich auch erst mal mehr mehr sinn als ein sockel platz zu holen da keine ahnung die sockel plätze den content den ich spiele mit den charts ist das eh ziemlich irrelevant wenn ich das so sagen darf aber gut von daher habe ich ja schon nutzen gefunden das könnte zum beispiel wo wäre das dann interessant gewesen ein mönch na egal jetzt ist zu spät bangers demon hunter tank am start gönn was schönes da haben wir eigentlich auch noch ziemlich wenig gespielt diese season und abgefülltes fliederflügel toxin ja nehme ich mit ist halt es pusht halt eher mein damage als meine survivability aber weil ich noch weiß ich hoffe es ist noch aus der letzten season so dass dieses trinket hier generell ziemlich shit war und schwach war entsprechend werden wir das rausschmeisen und dann dafür das reinpacken gibt ein bisschen item level ja mein gott was soll's die schuppe wäre mir lieber gewesen auf aktualisiertem item level das wäre glaube ich ein tacken cooler geworden aber der effekt ist halt trotzdem noch ganz gut auch wenn das item level jetzt nicht so der brüller ist habe ich eins zwei drei fast vier charts auf 244 lol und jetzt kommen die big boys jetzt kommen die big boys der hexenmeister und der druide beim hexenmeister komplett klar was ich da brauche einen kopf 278 bin wieder 20er kies gelaufen also das item level sollte da überhaupt kein problem sein jetzt nur einfach mal kriegen es würde mich halt vom item level so boosten ich bin 273 und hab halt noch ein 239er kopf und ich hab bisher auch noch nichts gekriegt ob ich mir das aufwerten könnte oder nicht das ist ein bisschen bitter gar perfekt kosmischer flux habe ich also kein das ist ein bisschen doof in dem fall was wäre sonst noch was wo sind wir noch nicht so gut unterwegs das ist eigentlich schon die hände würde ich 9278 nehmen da müsste ich auch nichts groß um kraften gucken wir mal kordel des dunklen worts da hab ich unity da hab ich unity und eigentlich will ich die auch nicht weil die stats auch scheiße sind in dem fall nehme ich jetzt komm fuck it ich nehme die bediensteten zeichen zack und uh ich hab 6 stück wow nice wusste ich gar nicht ich wollte eigentlich sagen da kaufe ich mir flux von aber in dem fall in dem fall können wir schon mal da ist ein sockel drauf da auch die plätze haben wir schon mal die ringe da ist auch einer drauf wo geht denn noch kopf neck der nacken ist jetzt nicht so schlecht die ringe die müssen halt schon wäre schon geiler wenn die 278 wären und auf den kopf werde ich garantiert keinen sockel ballern deswegen naja das müssen wir noch da die nicht maxed out sind warte ich dann noch also ich hebe mir die option auf mir einen sockel holen zu können aber ich bin dann noch nicht so ganz von überzeugt auf welches item ich das packe weil wenn ich dann doch weiß ich nicht jetzt haue ich es auf die 272er kette und irgendwann kriege ich durch eine göttliche fügung dann doch mal eine 278er oder so die doch besser ist und dann stehst du halt da dann habe ich das ding verbaselt das wollen wir nicht keiner kauft meine vorlagen rip kommen wir also noch zum droiden da wird diesmal auch nichts aus der raid kategorie drin sein da wir nur anduin geprogresst haben fast getötet aber halt auch nur fast äh es bleibt bei einer m plus truhe und da haben wir den hüftgürtel der dunklen hingabe schnallengürtel der schiefen crescendos der ist schon deutlich besser und hat auch bis das also der gürtel ist richtig crap da braucht man nicht drüber reden den will ich auch nicht jetzt bleibt halt die frage ob ich ähm ob ich den gürtel nehme für tank oder was ich machen könnte die zwei ich nehme den gürtel mal mit und benutze ihn für tank und werde dann höchstwahrscheinlich irgendwann sollte mir da noch hier der gürtel fehlen fürs transmog aktuell habe ich einen der hat zwar dasselbe design ist aber blau statt weiß äh dann kann ich den über den dingenskirchen transformator ihr wisst schon schöpfungskatalysator noch umwandeln dann habe ich zumindest das optisch passende teil ja es sind kleinigkeiten aber auch auf die muss man achten wenn man gut gestylt durch die gegend gehen möchte und damit ergeben sich folgende itemlevel 2,79,1 2,73,5 das ist gut 2,56,7 2,51 ja mittelmaß und alles da drunter ist halt im aufbau aber zumindest habe ich bei 6 charts den 4er bonus 1 chart der bangers hat den 2er bonus der shami hat ein t-teil und der monk hat noch gar keins aber da arbeiten wir dran vielleicht habe ich die woche ein bisschen mehr zeit dafür da irgendwas zu holen damit danke fürs zusehen ich hoffe das video hat euch wie immer gefallen schreibt mir euren besten Loot gerne in die kommentare und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal